hey leute was geht ich bin semi vielleicht kennt ihr mich ja noch und ich habe gerade gesehen dass das letzte so ein info video was wir übelst regelmäßig machen wollten das letzte ist schon eine ganze weile her und da habe ich mir überlegt quatsch einfach mal ein bisschen ich bin hier im stream overlay in unserem kleinen feinen stream overlay wir streamen ja fast jeden abend falls ihr das nicht wusste ich hab voll dorst fast jeden abend also wirklich spät abends meistens außer jetzt diese woche habe ich urlaub ja naja kommt darauf an wann du das hier siehst ob du siehst was will ich eigentlich quatschen ich wollte einfach mal so ein update geben was so bei mir los ist privat was ich dadurch auch ein bisschen auf dem kanal ausgewirkt hat ihr habt es ja mitbekommen vielleicht es kamen nicht regelmäßig videos raus es kam meistens nur ein video raus wenn überhaupt viele stört nicht für viele ist es wahrscheinlich sogar das beste was passieren kann weil sie so up to date mit den videos sind ich wollte mich auf jeden fall bedanken für jeden der auch weiterhin noch in die videos reinschaut der noch einen kommentar hinterlässt der noch ein deutlich nach oben hinterlässt das bedeutet mir super viel und motiviert mich auf jeden fall auch weiter zu machen und ist auch nicht so dass ich jetzt kein bock mehr hätte tatsächlich habe ich bock viel bock sogar ich komme bloß nicht dazu und zwar ja ich meine was zurzeit abgeht das wissen wir alle das haben wir alle mitbekommen und ich glaube das hat uns alle getroffen ich hoffe ja ihr seid safe ich hoffe eurer familie geht es gut ich hoffe ja corinna hat euch nicht erwischt oder was mir geht es so weit gut ich habe ein paar andere gesundheitliche probleme muss vielleicht auch operiert werden und so aber darüber quatschen wir mal wenn es mal soweit ist bei mir auf arbeit hat sich bloß einiges getan wie viele wissen bin ich im letzten jahr quasi befördert worden ich bin schichtleiter da bei mir und das ist so schon ein job wo du wirklich also ich habe wirklich massenweise zu tun und seit seitdem halt der ganze corona covid scheiß ist hat sich bei uns drastisch viel geändert es sind super viele mitarbeiter im home office betreuen es ändert sich täglich war es systemtechnisch ist eigentlich nichts darauf ausgelegt dass man von zu hause aus arbeitet wir mussten quasi von null auf musste quasi alles erfunden werden wie wie wir das überhaupt machen wollen ich meine natürlich muss man nicht das rad neu erfinden aber wir mussten schon irgendwie gucken wie wir das bewältigen können und so das ist eine masse an arbeit gewesen ich habe mich wirklich ja da rein rein gehangen in fast bis zum burnout gegangen was mir auch nicht gut getan hat auf keinen fall aber ich bin halt immer so mensch ich beschreibe es immer so gern wenn weißt du wenn ich am horizont einen kleinen kackhaufen sehe und warte bis der auf mich zuwandert im lauf von der woche dann scheißen da wahrscheinlich in der woche noch ein paar andere hunde drauf und dann habe ich einen kackberg irgendwann vor mir und deswegen versuche ich mich so früh wie möglich um sachen zu kümmern damit es später nicht noch mehr ist ja weil das problem was ich heute habe löst sich wenn ich es nicht löse ja nicht bis morgen aber morgen habe ich das problem von gestern plus die probleme die ich morgen habe weißt du und das wird so ein bisschen aufgeschoben und da bin ich nicht der mensch für und deswegen habe ich vieles versucht bin weit 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 über meine zuständig zuständigkeitsbereiche rüber gegangen und habe mich im laufe dessen fast kaputt gemacht auch wenn ich mir sowas versuche immer nicht anmerken zu lassen aber ich habe es auch in den videos gemerkt so ich habe versucht ich zu sein aber man hat mir definitiv angemerkt dass ich wirklich kaputt bin dass ich müde bin ich hoffe ihr hattet trotzdem irgendwie spaß an den videos es wird bestimmt auch noch ein bisschen dauern bis ich wieder top ich bin und so nichtsdestotrotz versuche ich ja ich versuche zumindest irgendwie auf arbeit bisschen das in gelenktere bahnen zu bringen ja wir sind ja ich bin ja nicht alleine auch wenn ich oft das gefühl habe ich bin alleine aber eigentlich sind wir ein team aber darüber will ich eigentlich nicht reden es läuft nicht so wie ich mir vorstellen würde wie es läuft oder wie es laufen müsste damit alles gut läuft hinzu kommt dann dass ich ja ich glaube das hat man ja auch damals hatten wir irgendwie auf twitter geschrieben und so war ich nicht so gesund ich konnte nicht zum sport gehen dann kam auf einmal der lockdown dann konnte ich auch gar nicht mehr zum sport gehen und viele wissen es ja vielleicht ich gehe ja so vier fünf mal in der woche gehe ich ins gym normalerweise und ich war jetzt quasi also also regelmäßig das letzte mal im dezember ja ich habe super viel abgenommen ich habe super viel abgebaut körpermasse also gesunde körpermasse ja nicht irgendwie fett oder so und ich fühle mich momentan nicht wie ich ja ich fühle mich irgendwie keine ahnung ich fühle mich wie ein schatten meiner selbst so und das ist nicht nur dieses diese körperliche seite sonst sondern das war halt mein ausgleich ja das war halt so mein ventil mein ruhepol ich war da ich bin meistens auch alleine zum sport gegangen ja viele von euch kennen das vielleicht die irgendwie sport machen man geht mit einem kumpel und so gegenseitig ja ansporn viele haben mich immer gefragt ey semi auch privat wo mich jeder natürlich semi nennt auf jeden Fall haben viele gefragt ey wie motivierst du dich und ich habe immer darüber nachgedacht weil ich musste mich nie motivieren ich habe da meinen spaß dran gehabt und es war so ein bestandteil meines lebens ohne den ich gar nicht klarkomme und das ist halt immer noch so und das ist der punkt ich komme da ohne das nicht klar ich brauche halt dieses ventil ansonsten frisst mich einfach der ganze Stress so auf und das ist halt das was passiert ist jetzt so über ja über die letzten Wochen und Monate deswegen ja keine ahnung dann baut sich so der Stress auf und du kannst ihn nicht rauslassen und das wird immer mehr und wirklich es gab Tage ich weiß immer nicht wie ich es am besten beschreiben soll am besten kann man es beschreiben vielleicht wenn du noch ein kleiner Scheißer warst und bei deinen Eltern wohnst vielleicht bist du ja noch ein kleiner Scheißer und wohnst bei deinen Eltern ähm manchmal da machst du gar nichts falsch und also in deiner Sicht und deine Eltern meckern und du versuchst es zu erklären aber irgendwie will dir auch keiner zuhören und jeder meckert nur und ja du kannst halt nichts machen du bist so hilflos weil was willst du denn machen man deine Eltern sind halt deine Eltern ja wenn die meckern und sagen du hast jetzt stummeres oder was weiß ich was willst du denn machen klar du kannst ein vollarsch sein alter und randalieren oder was ja dann bist du halt ein Spasti so ähm ja normalerweise hast du so dieses Gefühl von Machtlosigkeit ja weil du weißt es ist anders und aber keiner hört zu und äh und dieses Gefühl dieses dass wenn sich so der Brustkorb zuzwängt ja und du in so einer Situation bist wo du wo du weißt so und so würde man es ändern können und so und so könnten wir diese Probleme die wir jetzt zum Beispiel auf Arbeit hatten und so lösen können aber ich bin der Einzige der es kapiert anscheinend oder die anderen wollen es nicht sehen oder gucken es weg oder warten bis es sich von alleine löst ja und dann war ich oft an so einem Frustrationspunkt wo wo ich dann wirklich auf Arbeit saß und mich ich habe dann auf nichts mehr reagiert ja dann kamen Arbeitskolleginnen zu mir und meinten hey ähm wie sieht es denn aus wollen wir zusammen Pause machen und ich habe gar nicht mehr reagiert ja ich habe nur noch auf den Bildschirm geguckt weil ich wusste wenn ich jetzt ich bin ein impulsiver Mensch wenn ich jetzt aufstehe oder wenn ich irgendwas sage ich sage dann nicht von wegen ja ich mache jetzt gleich Pause sondern ich würde dann irgendwas sagen wie was weiß ich ich kann es mir nicht mal vorstellen aber weißt du so ein impulsives dummes Gelaber was man dann sagt ja klar ich würde ja gerne Pause machen aber ich komme ja hier nicht weg weil alles ist immer immer will irgend weißt du so ein Scheiß oder dass du deine Maus über den Tisch wirfst und die Maus ist oft geflogen nicht nur bei mir sondern auch bei Kollegen und es ist immer noch so ja und ab und zu ist dann mal man hat nicht wirklich auf den Tisch gehauen aber man hat schon mal so die Handfläche so auf den Tisch bumm ja und ähm das frustriert halt weißt du und dann kommst du nach Hause und dann siehst du ich habe es ja auch geschrieben gehabt auf Twitter und auch auf YouTube dann gab es Probleme mit YouTube kam dann noch dazu ich habe immer noch die Probleme mit Vodafone deswegen haben wir hier im Livestream auch so eine Anzeige da könnt ihr sehen momentan 60 FPS hier meine CPU Auslastung und hier da ist jetzt natürlich eine Null aber da kann man sonst sehen wie viele verworfene Frames ich habe und hier welche Bitrate wir streamen so mit 5000 bis 6000 Kilobit die Sekunde ähm und normalerweise hat man da ja vielleicht mal so also wenn alles normal läuft mit gutem Internet hast du vielleicht mal null vielleicht 20 verworfene Frames ja aber wir laufen hier im Bereich von 280.000 verworfenen Frames innerhalb von 2 Stunden oder so das ist viel das sind knapp 20% oder sowas naja auf jeden Fall kam das halt noch dazu und dann dies das jenes dann Upload-Probleme man wollte das Video nicht verarbeiten ey und dann weiß ich nicht dann gab es wirklich Tage dann bin ich nach Hause gekommen ich habe auch wochenlang jeden Tag Migräne gehabt weil es so der Switch in Richtung Herbst tut mir gar nicht gut irgendwie und wirklich dann gab es halt Tage da ich gesehen okay das Video ist nicht richtig hochgeladen ich müsste es jetzt nochmal hochladen aber allein dieser Klick weil sie das rüber machen es ist ja nicht nur das Video dann musst du das Video rüber dann musst du Titel dann musst du alles einstellen welches Game ist das wie ist das Thumbnail mein Video ist nicht explizit für Kinder fuck you weißt du so einen ganzen Scheiß und das war einfach zu viel weißt du und dann habe ich gemerkt dass ich so ein bisschen auch wenn mir das immer ich will immer 100% geben ähm ja aber ich muss in vielen Sachen muss dich zurück paddeln ja das hat ja auch schon mit den Videos allein dass wir die Videos so machen dass wir nicht schneiden sondern dass wir ähm ja also im Endeffekt ich weiß viele haben bei dem bei dem Wort live recording man denkt immer an live also an das ist jetzt gerade passiert aber ein live recording ist auch einfach eine Aufnahme von live von un bearbeiteter äh unbearbeitetes Bildmaterial quasi ja und jedes Video was wir im letzten Jahr gemacht haben ja auf dem Kanal also jedes Gameplay Video ist ein live recording ja also ich ich tippe dann hier durch die verschiedenen durch die verschiedenen äh Ansichten die Intro Ansicht und dann drücke ich auf die äh Gameplay und dann das Outro ne hier wo dann die Links stehen und so und das wird alles so aufgenommen und so wie das Video aufgenommen wird original so schmeiß ich es dann auf YouTube ja die Videos sind alle so ungefähr sieben bis neun Gigabyte groß ähm und ich würd super gern schneiden und ich würd super gern Sachen rein machen und experimentieren aber ich musste das damals zurückfahren aufgrund meiner Schichtarbeit ähm und stand damals vor der schweren schweren Entscheidung vor zwei Jahren oder so ähm was ich mache ob ich komplett aufhöre mit YouTube oder ob ich die äh das Gameplay ungeschnitten mache weil ich hab wirklich nicht mehr die Zeit um äh Videos zu schneiden und so und deswegen tu ich mich auch schwer mit Games wie jetzt zum Beispiel Cyberpunk was bald kommt ähm weil ich weiß da gibt's Nudity und ich müsste das blurren oder schneiden oder sonst was aber ich hab dafür nicht mehr die Zeit und es es tut mir super leid äh dass das so ist wie es ist vielleicht kommen wieder mal andere Zeiten wenn ich äh vielleicht andere Arbeitszeiten hab äh ich hab leider nun mal keinen Job wo ich irgendwie um 8 anfange und um 16, 17 Uhr Feierabend hab sondern äh bei mir wechselt das alles ne also ich hab jetzt äh bei uns gibt's alle möglichen Schichten so die Standardschichten sind halt irgendwie fängst 6 Uhr an bis 14.45 könnt ihr euch überlegen muss ich um 4 Uhr aufstehen bin ich nach Arbeit tot müde äh Spätschicht ist 13.30 bis 22.15 da ist es dann für Livestreams immer irgendwie kacke weil wir so 23.30 Uhr anfangen mit einem Livestream bis 1 oder 2 manchmal auch 4 äh schaut da gerne mal rein wenn ihr wollt und ja also Mittelschichten ist bei mir eher rar ja also ich hab mehr diese diese Endschichten so früh oder spät ähm ja ich wollt euch ja ich wollt bloß mit euch ein bisschen teilen wie sich das alles auf dem Kanal leider ausgewirkt hat und ähm nur damit ihr wisst so es liegt nicht an euch ja und es liegt auch nicht an mir ähm also das ist jetzt nicht äh ne Beziehungsende wo man sagt es liegt nicht an dir es liegt an mir es liegt äh weder an euch auf keinen Fall an euch ähm und es liegt äh in dem Fall leider auch nicht an mir oder es liegt in dem Fall leider auch nicht in meiner Hand ähm ich muss gucken wie das weiter läuft so aber der Kanal wird auf jeden Fall immer weiter gehen ähm ähm ich hab ein paar coole Indie Games ich hab ein paar coole größere Games ähm die ich auf den Kanal bringen will und ich hoffe ihr seid da mit dabei und habt da mit Bock drauf äh das soll es von meiner Seite gewesen sein ich will euch nicht weiter vorladen ich seh grad es sind 16 Minuten holy shit ähm ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag ähm schönen Abend schönen Morgen wie auch immer und bleib gesund man bye bye hör auf nicht wie auch j Vielen Dank.